So, willkommen bei einer neuen Folge Flendermans Shadow. Lieben Kinder der Nacht, die befinden uns nun auf der Map Hospice. Klingt gruselig, ist es aber auch. So, wie immer unsere Taschenlampe. Wir müssen ein Gedicht vervollständigen. Wenn ich auf den Space-Button klicke, habe ich Glowsticks, die mir bei irgendwas helfen. Ja, dann weiß ich auch zumindest, ob ich mal da war oder auch nicht. Ich denke mal, die meisten wissen, worum es geht. Ich muss acht Zettel finden und abhauen vor diesem doofen Slenderman. Wie immer ist mein Zimmer verdunkelt und ich habe Angst. Auch wenn das nicht so deutlich ist, aber ja, während des Spiels mache ich mir auch in die Hosen. Das passiert. Irgendwie erinnert der mich an Jake von Two and a Half Men. Ah! Unsere ersten zwei Zeilen sind schon mal da. Always hunting. Ja, das wissen wir. Two lines discovered. Das ist auch schon mal schön. Boah. Und immer diese Musik. Vielleicht sollte ich schon mal so ein Glowstick auf den Boden schmeißen, dass ich weiß, dass ich schon mal hier war. Oh, hier ist nix. Okay, ich glaube, der ist in der Nähe. Ich glaube, mein Bildschirm flimmert ein bisschen. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Okay. Gehen wir einfach mal da lang. Boah. Okay. Oh mein Gott. So nah war er noch nie. Gut. Ja, ja. Das war okay. Das war noch nix. Der hat mich noch nicht. Ich habe gerade mal nur ein Zettelchen. Wo sind wir denn hier jetzt? Hier sieht der mal gar nicht gemütlich aus. Aber wenigstens habe ich hier mal einen Zettel. It's rude to stare. Oh, scheiße. Der soll bestimmt wieder hier in der Nähe. Oh Gott. Das ist ein behindertes Ding. Ich hasse es. Ah ja, ich spiele scheinbar diesmal eine Frau. Passt. Oh Mann. Hä, ist mein Taschenlampe? Ne. Die ist noch an. Okay, hier war ich schon mal. Schön. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Ob ich hier war, ich weiß auch gar nicht mal, von welcher Seite ich gekommen bin. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, welchen Weg ich jetzt nehmen soll. Das ist bestimmt hier links, wenn ich jetzt gucke. Okay, doch nicht. Ja gut, gehen wir mal weiter. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, nur zwei von meinen schönen acht Zettelchen gefunden. Also fehlen mir noch sechs. Ich kann Mathe. Juhu. Ja, keine Ahnung. Ne, hier war ich glaube ich auch noch nicht. Ne, doch. Das ist doch der Anfang. Ja, auch gut. Ja, super. Ich war hier doch schon mal. Dann nehmen wir mal diesen Weg. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, super. Welchen Weg nehme ich denn? Ich weiß nicht, was mir diese Glowsticks bringen sollen, wenn ich die irgendwo hinstelle. Ich weiß auch gar nicht, welchen Weg ich genommen habe. So. Okay. Zettelchen Nummer drei. Slow, painful dance. Klingt doch schon mal sehr schön. Ja toll, jetzt haben die Glocken auch noch angefangen. Ist ja nicht so, dass ich schon Angst habe. Ach schön, hier war ich glaube ich noch nicht. You mad, bro? Yes, I mad. Okay. Da steht Penis. Wie lustig. Wie lustig. Und da ist ein Zettel. Coming for you. Ja, schön. Okay, da ist der Wummelan. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Einfach weg. Rennen, 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 rennen. Rennen. Der hat mich nicht und ich habe vier Zettel. Aber der ist 100 pro hinter mir. Alter, ich hasse dieses Vieh. Ich hasse dieses Miststück. Warum verfolgt es mich denn? Lass mich doch einfach in Ruhe. Okay, hier war ich schon mal. Aber das bringt mir auch nichts. Keine Ahnung, wo sind denn die anderen Scheißzettel? Ich habe das Gefühl, dass ich schon überall war. Hä? Okay, stopp. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Warum bin ich jetzt tot? Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Auch gut. Na gut, ich bin gestorben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich habe es nicht mitbekommen, dass der kommt. Aber naja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.